ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab da nicht angefangen rumzuknallen Nein, du nicht! Hauf, Rabben! Rabben ist es! Oh shit Christian, bist du halt auch? Ne, ich bin nur noch da Alter Jo Okay Du jetzt auch dran glauben, Christian, tut mir leid Okay Alter, Ali ist so krass Boah, dann wieso hab ich dir eigentlich geglaubt, Christian? Was war das denn schon wieder für eine Aktion? Ich häng unter dem Baum, du stehst vor mir, schießt mit einer Shotgun auf mich Ja, aber ist kein Wunder, dass ich mich dann auf die schieße Ich hatte noch nicht mitbekommen, dass die Karte mal gestartet ist Nein Wie kann man denn so verwirrt sein? Und dann hat er geschrien und dann hab ich aufgehört zu schießen und Jay rotzt mich dann einfach Heißweiß Ich hab dich nicht weggerotzt, Chris hat den Kill gemacht Aber ich hab dich aufgerotzt Nein, nimm Kill Ja, okay Aber Bram, du warst auch geil, weißt du rotzt mit der Shotgun nach fünfmal in die Menge rein und dann so Wer ist denn jetzt hier eigentlich überhaupt geschossen worden? Aber du weißt, Peter hat's nicht direkt gecheckt Ja, das stimmt Das stimmt, aber ich wusste nicht, ob Christian auch dazugehört Ich wollte einmal sagen, wenn ich mir die Nase putze oder nieße, dann kann es sein, dass ich tot bin Ja, das gibt es nicht, Jay, dann hast du letztes Mal auch durchgezogen lassen Ich mach dich so weg, sobald du eine Sekunde stehen bleibst, ne halbe Sekunde mach ich dich weg Nein, nein, dann bin ich tot Dann bin ich tot Ja, dann spring einfach von der Klippe Also ich mute mich nicht extra damit, dass die Leute sehen, dass ich tot bin Spring einfach von der Klippe Ah! Der Sebastian ist bei dem Peter, was pinzt du eigentlich von mir? Ja, ich beobachte dich Du bist doch wie so eine Hummel, ey Ja Das ist schlimm Bumm Putz Sebastian So geht das aber nicht Guck, Peter, das ist nicht Ich behalte dich im Auge, du willst bestimmt eine Bombe planten Wo sind eigentlich die anderen alle? Peter, ich hab schon in einem Strand Peter, ich hab schon lange eine Bombe planten Das war ich nicht Alter Was ist passiert? Ja, ich hab mich ein bisschen erschrocken Sepp ist gerade von der Klippe gestürzt Ja, der stand direkt eiskalt neben mir mit einer Schrotze Ja, ich guck dir gerne an Du hast die Sniper Bravo! Ja, ich hab mir die Sniper geholtet Das ist auch doch nur in Ordnung Das ist auch nur in Ordnung Ja, das ist auch nur in Ordnung Ja, sag ich ja Ich muss mich ja schließlich gegen böse Buben verteidigen können Ja Das reicht nicht Sebastian schießt auf Bäume Ja, ich hab das beobachtet Hallo, Jonathan Ich weiß, ich weiß, da Jade ist Okay Das hat mir mein Urin gerade Das hat mir mein Urin gerade Nee, ich hab gefragt, ob jemand das Spiel ist abgestürzt Super Ja, mal schnell wieder rein Ja, Traitor ist Das ist die Frage, was ist Bram gewesen? Oh, da, warte Oh, da Alter Bradi hat Hadi ist es Der wurde gesnipert Der wusste Der war, glaub ich, an dem, an dem, an dem Portal Ah Oben Bin mir aber grad nicht sicher Aber ich weiß natürlich, Bram war bestimmt der andere Deswegen ist er direkt offensiv gegangen Ist Hadi vielleicht ins Wasser gesprungen? Oder ist das durch Portal gegangen? Ja Hadi ist auf jeden Fall für mich zu killen Ja, der sagt ja auch schon gar nichts mehr Du hast ihn schon ertappt Ja Wo ist er denn? Hadi, wir werden nicht in den Nether kommen Also, falls du da auf uns wartest, kannst du mal schön Jetzt können wir auf dich warten Komm schon Komm Die Frage ist, vielleicht ist er noch der andere Traitor Ich weiß nicht, ob Bram ein Traitor war Ja, weiß ich auch nicht Was du, der sich aufgeregt hat Könnte dann auch sein, dass er der Traitor war Das stimmt Aber, das ist echt Weiß ich nicht Trau dir und Christopher Ja, ist ja auch okay Peter hat die gerade zum Lachen gebracht So, dass er sich verrät, dass er noch da ist Also Ja, das ist auf jeden Fall der Fall Der war halt plötzlich weg, als er am Portal war Aber Peter vertraut mir dann schön Ja, der erwartet mit Sicherheit umeinander auf uns Der hat doch gerade schon so gedacht Ja, aber die könnten ja auch Traitor sein potenziell Ja, aber ich finde deine Theorie schon Guck mal, wie ich hier vor dem Ding warte Also, ich werde ja wohl kaum Traitor sein Ja, ja Kann der nicht noch weiter rauskommen? Aber ich könnte ja der Traitor sein, das meine ich ja Ja, aber ich Ich glaube aber nicht, dass du bist Wo ist denn Chris? Weiß ich nicht, warum? Ja, der kann sich ja verstecken, ist ja okay Okay Also, Hadi, das ist jetzt natürlich ein Problem Wenn du dich selber im Nether so eingeschlossen hast, ha? Wer sagt denn, dass du da noch bin? Tipp ich jetzt einfach mal Du weißt, dass der Peter oder ich schon tot Noch einen Weg hier raus gibt, oder? Ne, wir sind nicht Oh Gott! Was ist denn der andere Weg? Hast du die Insel weggemacht? Richtig geil Was hat Hadi gemacht? Bist du in die Lava gefallen? Ne, der unten im Nether hat der die Hand benutzt und hat die eine Insel verschwinden lassen Das ist der Ausgang, Hadi Wow! Der Lavasee Wer sagt denn, dass ich da noch bin, Mama? Hahahaha Traitor 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 Rennen Rennen Oh, Hadi Hadi versucht schon... Alter! Okay, das ist äh... Fuck Fuck So, du und ich noch Jay Ne, und Peter, der brennt nämlich noch Scheiße! Hahahaha Boom! Gut, also Nice one Also, außerhalb Also, Sepp, ich frag aber jetzt nicht in Zukunft, ob du gerade in den Traitor-Shop bist oder irgendwie AFK bist Du hast dich nicht bewegt Ohne Scheiß Ich steh da an der Tür Du kommst rein Ja, aber nicht bewegen Ich steh, ich steh und guck auf die Tür Also, das war mehr als eine Sekunde Das waren zwei Sekunden Ich warte einfach Ich warte einfach, dass da einer kommt Ja, aber wenn du einfach rum stehst, dann versteh ich das nicht ja eben Wenn du dich einfach irgendwo in der Ecke kämpfst, dann schießt du den auch nicht direkt weg Alter, ohne Spaß Ja, der stand mitten in dem Haus Ja, und? Ich hab auf die Tür geguckt, du Bobby Ach, das ist doch Bullshit hier Ohne Spaß, das macht gar keinen Bock so Du stehst irgendwo rum, du campst, du wartest, du verschanzt dich da in dem doofen Haus Dann machst du die Tür auf und rotzt einfach los, ohne irgendwie was zu sagen Der hat einfach einen nervösen Cyclefinger Ohne Spaß Das macht überhaupt gar keinen Spaß Da fahrt der doch auch gerade am wenigsten Punkt durch Ja, wow, super Dafür wird auch bestraft, das stimmt Guck mal, ich bring mal den Goldblock hier ins Spiel Ja, bring mal den Goldblock ins Spiel So, endlich bin ich auch mal gespawnt Weiter Ah, ins Feuer, wer wirft dir die Feuer? Ich war's nicht, ich hab den Goldblock in der Hand Ich aber vor Ablauf Was? Was ist das denn? Okay, Adi ist Traitor, der Sniper und geht zurück LOL Wieso? Du läufst ja auch die ganze Zeit hier neben mir her, Bongo Wo ist der Goldblock hin? Der ist weg Der ist available, der funktioniert jetzt Alter Ja, der verschwindet ja Bist du jetzt hier die Polizei oder was? Also ich würde... Alles klar Alles klar Du kannst Komm Jay, ab! Verpiss dich Geh nur noch mal ab! Alter! Das hast du gehört, oder? Ja, Peter und ich dich schon mal Proven Noch jemand? Das hab ich gehört Ja, aber wer war das? Das war ne Shotgun Chris Das war's dann Oder die anderen beiden da hinten Sepp, ihr rund grad nen Mörder rum Vielleicht sind die anderen beiden da hinten auch die Traitor Wer ist denn gestorben? Ist Sepp wieder als erstes gestorben Ja, keine Ahnung wer gestorben ist Wäre mega witzig Hier Wir haben Jay und ich... Okay Und? Da hab ich doch ein bisschen Spucke verloren gerade Das war dann Chris Geil Hardy oder Jay ist der Letzte Einer von euch beiden Ja Ach, der ging da nicht weg Dann ist es Hardy Geil, Alter Das war awesome Boah Danke Jay Hey, da hast du mir den Job aber abgenommen Ja, lass einfach hier warten Ist doch gut Von wo wurde ich denn beschossen? Weißt du das? Irgendwo Richtung Turm Also Christian ist auch schon tot Nicht, dass die beide noch leben Boah, der ist ne gute Idee Da oben könnte er auch noch durchkommen Da muss natürlich einer drauf achten Ist das Traitor? Ja, das Traitor Eingang Ah Das kenn ich nämlich alles noch gar nicht Wir spielen die Map ja auch quasi zum ersten Mal Ich hab dummerweise keine Fairkampfwaffe Ja, was ist denn los? Ja, ich auch nicht Ja, Dodge Das ist ja okay Ihr sitzt unten in dem Ding drin, ne? Guck mal, Borosator hat nämlich noch gelebt, die Sau Alter Ich hab grad nen Lenk Der fällt jetzt nicht mehr So Oh, ich hab ne gute Idee Was für ne gute Idee Was machst du? Was hast du gemacht? Ja, guck mal aufs Tor jetzt Oh Oh Du Gucken Sind die in den Nether rein? Da darf dir doch der Christian gar nicht mehr erzählen Der ist doch schon tot, mein Freund Ja, richtig Oh, guck mal Ja, der ist schon tot Du bist alleine Christian chillt gerade Gemütlich Ja, der nimmt ein Bad Ein heißes Bad Oh mein Gott Das ist aber jetzt nicht so geil Oh ne, ist das so geil, oder? Ne Ich kenn jetzt Warte, du Ich da oben? Ja, okay Boah, das wird tricky, ey Der muss mich nur antupsen und ich bin tot Du darfst auch nicht weggucken Ja, 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 ja Ja, 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 ja Da ist er! Nice, ey, das kann nicht sein What the fuck, krass Wie diese Verschanzenaktionen immer fehlschlagen Ja, aber Mann, Mann, Mann Oder bin ich da runtergefallen, ey Sehr gut Ich hab mir immer noch ne Buddy-Armor geholt Ich dachte, vielleicht bringt der noch was Ja, die bringen's voll Sie hat's definitiv gebracht Gegen die beiden Ja, den hab ich nicht erwischt, den Hadi Der ist da so komisch springend rausgekommen Das war sehr verwirrend Hey Komm an, komm an immer Leider kommt mir das immer Alter, schon wieder in der Fick-Lava, ey Mann Mann, in Lava-Spawn Ja, das macht das, äh Wie kann man zwei Sekunden doof rumstehen? Biff, 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 biff Du willst mir jetzt vorwerfen, dass du zu inkompetent bist Um mit mir zusammenzuspielen Ey, Hadi, drück mal ganz kurz um Ne, Peter meine ich Watt denn? Oh, krass, du hast die geile Schrotze Ja, Mann Der muss aber auch jeder Schuss sitzen So, mein Leuchtturm Mein Leuchtturm Los geht's Da ist eine Bombe explodiert Oh Gott Ich glaub, Bram ist gerade gestorben Ich hab, ich bin gerade Einer ist mega auf mich zu Wartet mal ganz kurz Das Ey, was ist denn passiert? Christian, Christian Erzähl es doch Also wenn du dich noch einmal, Sepp, beschwert über Random Kills Ja, dann flippe ich aber aus Warum? Ich hab keinen gerandom killed Ne, du nicht Das war aber mega versehen, ja Der Typ kommt auf mich zu gerannt Wie ein Wahnsinniger mit der Schrotze Ich wollte an dir vorbei Ich geh, ich geh einen Schritt zurück, ja Und lauf in ne Flamme hinter mir Das heißt, ich krieg Damage Ich hab mich so erschrocken Ich verwarne es Mit einem Schuss direkt umgezimmert Ich hab gar nichts gemacht Ne, das stimmt, ja, du hast nichts gemacht Aber weil ich Schaden gekriegt hab, dachte ich, ja Wow, was eine awesome Traitor-Runde Leck mich am Arsch Also, wow War geil, ne? Oh, da kam ich Da bin ich jetzt nicht drauf klar, ne? Oh, Gott, ey War geil, ne? Ich seh schon, dass sich hier die ganzen Leute nämlich hier den Leuchten geslecken wollen Hey, geh weg Hörst du ruhig raus Ja, ich hab Hadi und, glaub ich, Sepp da schon reinlaufen Du bist gerade an mir vorbei gelaufen, ne? Du hast mich vielleicht gesehen Das kann ich, wir werden ja Lava drauflegen Ach, scheiß, ich bin nicht Traitor, sonst hätt ich jetzt JVP Pillar, 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 Pillar Mhm 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 Ist gut Also auf dem Neuchtturm Auf dem Neuchtturm kann keiner kommen Nein Weiß ich nicht Christian, tötet mich, nicht Was? Ich dachte, du wolltest die Gunst der Stunde nutzen Christian, verzieh dich. Ist überhaupt niemand beim Traitor-Test? Ey, irgendwer hat die Lava aktiviert. Bram war da gerade unten in der Lava. Ja, ne, ne. Du warst da und hast du mir in der Nähe rum. Ja, ne, ne. Ich war da unten, ja. Ich bin beim Traitor-Tester gewesen. Da kann man über eine riesen Distanz machen. Der ist gerade unten auf dem Verlangenlauch. Ich würde noch sagen, dass du da in der Nähe kommst. Ja, das war ich ja auch. Oder bist du das? Naja, ich bin da. Ich dachte, das wäre Sepp gewesen. Also Bram sollte mit Argus Augen machen. Ho, wo kommt der Bram denn auf einmal her? Leider, ich muss noch gucken, ob du hier was geplantet hast. Ja, hab ich aber nicht. Hallo J, warum machst du? Mach den weg! Mach den weg! Ja, ist okay, ich lass dich raus. Ich hab die Maus wohl benutzt. Ich bin davon gar nicht. Wir sind nur da reingekommen. Hier unten rein. Ich bin die ganze Zeit hier so lang gelaufen. Ja, hab ich auch gemacht. Hast nix geplantet. Hab zumindest nix gefunden. Quatsch, ich bin oben durch die Tür gelaufen, Mann. Ich hab die ganze Zeit hier so... Ich dachte, ich hätte alles schön im Blick, dass hier keiner hier hochkommt. Und dann stehst du hinter mir. Also Chris ist für mich innocent. Chris ist proven innocent, weil er hinter mir stand. Und mich hätte Macht. Ja und? Der weiß doch jeder, dass der bei dir war. Ich wusste nicht, dass der bei dir war. Oh, Bram, dann ist es! Oh ja. Wie lokt der auch jedes Mal schon. Ja, voll so um sein Leben am Kämpfen. Komm hier rein, du bist... Was, ist der, lebt der noch? Ich glaub der lebt noch. Peter, sag doch was! Ja, Bram, lebt noch! Was ist der denn? Ich seh'n nicht! Der ist ins Wasser gefallen! Ich seh'n nicht! Ich weiß nicht, wo er hin ist! Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Der ist auf jeden Fall nicht am Leuchtturm. Da bin ich immer noch. Nein, Bram hat auf mich geschossen. Also ich bin proven, by the way. Weil der hat auf mich geschossen. Ich wurde beschossen! Ich wurde gesniped! Vom Leuchtturm wahrscheinlich. Dann ist es Hadi. Ja. Ich hab 50 life. Das kann ja wohl so nicht sein. Hier liegt nämlich auch schon äh... Christian tot. Na, Hadi ist der andere. Peter, pass auf. Ja. Bin ich überhaupt nicht. Was labert ihr denn? Ja, ja, bla bla. Musst du doch das, Bram, das aktivieren? BAU! Hahahaha! 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 Holy moly, Peter! Da hab ich dir mal meinen Schwanz ins Gesicht gedrückt! Ey, scheiße! Boah! Gibt noch zwei life, Peter! Das war... Lol. Hahahaha! Hahahaha! Du bist so grad gestorben, du scheißlappen! Hahahaha! 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 Aber der Peler hat wenigstens ein bisschen Arbeit verrichtet, vernünftiger. Ach. Ja! Alter, Hali, du bist entzupfen! Das war dumm, Alter! Ich bin eiskalt! Du bist ertrunken, Alter! So, dann schauen wir mal kurz kurz. Der Hali hat aber trotzdem gewonnen mit 29 Punkten. Herzlichen Glückwunsch dafür. Fuck, ich hab 27, wie ärgerlich. Wo hätt ich dich mal weggemacht? Ja, das waren 180. Ja, ohne Spaß, wie du mich da weggeknallt hast, das war auch nicht normal, ey. Also, da bin ich ja unverdient letzter geworden mit meinen 11 Punkten. Ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ciao!